So, hier sind wir im Restaurant Bavut im Paradise Hotel Ad Mauritius und hier das ist das Frühstücksbuffet, ein riesengroßes Buffet, das wirklich alles gibt, frischgebackene Waffeln. Das ist ein riesengroßes Buffet, eine riesen Auswahl und das allergrößte hier hinten, hier im Hotel wird alle halbe Stunde Baguette frisch gebacken, also hier sind die fertig gebackenen Baguettes. Und hier liegen schon die nächsten, die dann in den Ofen kommen. Also wirklich riesengroß und sieht super lecker aus. Und hier ist abends auch dann das Hauptrestaurant.